Hi Leute und Willkommen in Kambodscha! Jetzt haben wir uns hier so einen fancy Tuk Tuk genommen. Die stehen ja wirklich an jeder Ecke. Wir möchten jetzt ein bisschen Sighting machen für den Royal Palace. Das ist auch gut. Wir möchten jetzt ein bisschen Sighting machen. Wir haben uns dazu entschlossen, einen Nachtruß zu nehmen nach Siem Reap, Siem Weep. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber der sieht dann ungefähr so aus wie der hier. Man hat Lukas eigene Betten drin und wir fahren dann sechseinhalb Stunden über die Nacht. Das hat ich glaube 13 Dollar gekostet. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir sind noch nicht wirklich wach, aber wir sind gerade schon auf dem Angkor Wat Gelände. Oh Gott. Wir sind immer wieder! Wir sind zurück von dem Floating Market, jetzt gerade auf dem Weg zu einem Nachtmarkt und es fängt gerade an zu regnen! So, be free, be free, be free!